Herzlich Willkommen auf dem Hof Sangel. Mein Name ist Sven Sangel und ich darf Sie auf einen kurzen Rundgang zu unseren Hühnern mitnehmen. Der Hof Sangel liegt im Klüzerwinkel nahe der Ostsee in Mecklenburg. Seit mehreren Generationen betreiben wir hier Landwirtschaft und schon immer mit einem verantwortungsvollen Blick auf unsere Natur. Als meine Eltern mir den Hof 2017 übergeben haben, war für meine Frau Christina und mich klar, dass wir unseren Kindern eine gesunde Natur hinterlassen wollen. 2019 haben wir unseren Betrieb um die Legeinhaltung erweitert. Unsere Vision die besten Freilandeier aus Mecklenburg. Klar war von Anfang an nur unter optimalen Bedingungen für das Tierwohl, also viel Platz für gesunde Hennen. Wir erfüllen in unserem Betrieb die höchsten Standards des Deutschen Tierschutzbundes. Wir füttern Gentechnik frei und durch unsere optimalen Haltungsbedingungen bleiben unsere Hennen gesund und wir kommen ohne Antibiotika aus. Und wenn Hennen sich wohlfühlen, legen sie die besseren Eier und das schmeckt man. Auf dem Hof Sangel sind 15.500 Hennen auf rund 10 Hektar Freilang zu Hause. Je nach Wetter und wie die Damen gelaunt sind, laufen unsere Hennen in ihrem Hühnerwald oder Wintergarten. Hühner gehen mit der Sonne ins Bett und legen morgens ihre Eier. Das heißt täglich etwa 13.000 Eier, die vollautomatisch aus den Nestern in die Weiterverarbeitung transportiert werden. Nach einer strengen Qualitätskontrolle werden unsere Freilandeier in der eigenen Packstelle jeden Morgen vollautomatisch sortiert und verpackt. Von hier aus liefern wir täglich direkt und absolut frisch in die Region. An Lebensmittelmärkte, Kliniken, Restaurants und Hotels. Für unsere Kunden bedeutet das absolut frische Ware. Für die Umwelt den kleinsten möglichen CO2-Abdruck. Wenn Sie mehr über uns und unsere Hühner wissen möchten, besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage und kommen Sie zu einer unserer Hofführungen.